Heute haben wir etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Wussten Sie, dass es ein Getränk gibt, das Ihnen helfen kann, Bauchfett zu verbrennen, während Sie schlafen? Klingt zu gut, um wahr zu sein? Nun, es ist wahr und wir werden Ihnen genau zeigen, wie Sie dieses fantastische Getränk zubereiten und am besten nutzen können, um Ihren Gewichtsverlust zu unterstützen. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir betonen, dass es bei einer gesunden Gewichtsabnahme nicht darum geht, über Nacht Wunder zu vollbringen. Es geht um einen nachhaltigen Lebensstil, regelmäßige Bewegung und eine gesunde, ausgewobene Ernährung. Das Getränk, das wir Ihnen heute vorstellen, ist kein Zaubertrank, der alle Ihre Probleme löst. Aber es kann ein nützliches Werkzeug sein, das Ihnen hilft, Ihr Ziel zu erreichen, besonders wenn es richtig und in Kombination mit anderen gesunden Gewohnheiten verwendet wird. In diesem Video werden wir uns auf drei Hauptzutaten konzentrieren, die alle für ihre gesundheitlichen Vorteile bekannt sind, grüner Tee, Zimt und Zitronensaft. Wir werden uns anschauen, wie diese Zutaten zusammenwirken können, um den Stoffwechsel zu fördern, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Fettverbrennung zu unterstützen. Darüber hinaus werden wir Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie dieses Getränk zu Hause zubereiten können und wann Sie es für optimale Ergebnisse trinken sollten. Also, bleiben Sie dran, lernen Sie mehr über diese leistungsstarken Zutaten und finden Sie heraus, wie Sie dieses Getränk in Ihre tägliche Routine integrieren können, um Ihren Gewichtsverlust zu unterstützen. Und vergessen Sie nicht, dass es bei einer gesunden Lebensweise immer um das große Ganze geht, es sind die täglichen Gewohnheiten, die über den Erfolg oder Misserfolg unserer Gesundheits- und Fitnessziele entscheiden. Aber nun lassen Sie uns ohne weitere Verzögerung unser wundervolles nächtliches Fettverbrennungsgetränk vorstellen. Sehen Sie sich dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn dort erhalten Sie von uns ein Geschenk, das nur Zuschauer unseres Kanals erhalten. Unser Wundergetränk besteht aus drei Hauptzutaten, grünem Tee, Zimt und Zitronensaft. Lassen Sie uns nun jeden dieser Bestandteile genauer betrachten und ihre besonderen Eigenschaften erforschen. Grüner Tee ist bekannt für seine vielfältigen gesundheitlichen Vorteile. Er ist vollgepackt mit Antioxidantien, von denen einige als Katechine bekannt sind. Eine dieser Katechinsorten ist Epigallokatechingalat oder EGCG, welches die Fettverbrennung im Körper anregen kann. Darüber hinaus kann grüner Tee auch den Stoffwechsel erhöhen. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass grüner Tee den Fettverlust, insbesondere im Bauchbereich, fördern kann. Er kann auch dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und den Insulinspiegel zu senken, was Heißhungerattacken reduzieren kann. Außerdem ist grüner Tee ein natürliches Diuretikum und kann dazu beitragen, überschüssiges Wasser aus dem Körper zu entfernen, wodurch Blähungen und Wasserretention reduziert werden. Zimt ist nicht nur ein leckeres Gewürz, sondern hat auch eine Reihe von gesundheitlichen Vorteilen, die besonders hilfreich sein können, wenn sie versuchen, Bauchfett zu verlieren. Zimt kann den Blutzuckerspiegel regulieren, indem er die Empfindlichkeit der Zellen gegenüber Insulin verbessert. Dies kann dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und Heißhungerattacken zu verhindern. Zimt kann auch die Thermogenese im Körper erhöhen. Dies ist der Prozess, bei dem der Körper Kalorien verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Eine erhöhte Thermogenese kann zu einer erhöhten Kalorienverbrennung führen, was beim Abnehmen helfen kann. Zitronen sind reich an Vitamin C und Ballaststoffen, insbesondere Pektin, einem löslichen Ballaststoff, der die Verdauung verlangsamen und ein Sättigungsgefühl fördern kann. Zitronensaft kann auch die Verdauungsfunktion verbessern, indem er die Produktion von Magensäure und Gallensaft stimuliert, was wiederum zu einer effizienteren Nährstoffaufnahme und weniger Blähungen und Verstopfung führen kann. Darüber hinaus kann Zitronensaft dazu beitragen, den Körper zu entgiften und die Leberfunktion zu unterstützen, was für den allgemeinen Stoffwechsel und die Fettverbrennung wichtig ist. Um dieses Getränk zuzubereiten, brauchen Sie nur eine Tasse grünen Tee zu brühen, einen Teelöffel Zimt hinzuzufügen und den Saft einer halben Zitrone auszupressen. Trinken Sie dieses Getränk vor dem Schlafengehen und lassen Sie es über Nacht wirken. Es ist kein Zufall, dass grüner Tee, Zimt und Zitrone in diesem Getränk kombiniert werden. Tatsächlich verstärken Sie gegenseitig Ihre Wirkungen, um ein optimales Umfeld für die Fettverbrennung im Körper zu schaffen. Denken Sie daran, dass unser Körper ein komplexes System ist, in dem viele Prozesse gleichzeitig ablaufen. Indem wir die richtigen Nährstoffe zur richtigen Zeit bereitstellen, können wir diese Prozesse unterstützen und effizienter gestalten. Der grüne Tee wirkt als Basis Seine Antioxidantien und Katechine, insbesondere das EGCG, sind direkt an der Fettverbrennung beteiligt. Sie erhöhen die Wärmebildung im Körper, was dazu führt, dass mehr Kalorien verbrannt werden. Dieser Prozess, auch als Thermogenese bekannt, kann die Geschwindigkeit, mit der Ihr Körper Kalorien verbrennt, erhöhen und so zur Gewichtsabnahme beitragen. Der Zimt wirkt auf eine andere Ebene. Indem er hilft, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, verhindert er Spitzen und Täler, die zu Heißhunger und übermäßigem Essen führen können. Darüber hinaus ist bekannt, dass Zimt die Lipolyse fördert, den Prozess, bei dem gespeichertes Fett in freie Fettsäuren umgewandelt wird. Diese können dann von den Muskeln und anderen Geweben als Energiequelle genutzt werden. Schließlich unterstützt der Zitronensaft das Gesamtpaket, indem er die Verdauung fördert und die Entgiftung unterstützt. Seine hohe Vitamin-C-Konzentration kann das Immunsystem stärken und die Gesundheit der Haut fördern. Darüber hinaus hat die Säure des Zitronensafts den zusätzlichen Vorteil, dass sie dazu beitragen kann, die Absorption der anderen Inhaltsstoffe in unserem Körper zu verbessern, wodurch ihre Wirkung verstärkt wird. Zusammen bilden diese drei Zutaten ein kraftvolles Trio, das ihnen hilft, das meiste aus ihrer nächtlichen Fettverbrennungszeit zu machen. Sie arbeiten im Einklang mit den natürlichen Rhythmen ihres Körpers und unterstützen die Prozesse, die zur Gewichtsabnahme beitragen, während sie schlafen. Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Getränk eine hervorragende Möglichkeit ist, sich vor dem Schlafengehen zu hydrieren, was besonders wichtig ist, da Dehydration den Stoffwechsel verlangsamen kann. Darüber hinaus liefert es eine sanfte, beruhigende Wirkung, die ihnen helfen kann, sich zu entspannen und eine gute Nachtruhe zu gewährleisten. Schlaf ist ein oft übersehener, aber entscheidender Faktor bei der Gewichtsabnahme, da er die Regeneration des Körpers ermöglicht und hormonelle Ungleichgewichte korrigiert, die das Abnehmen erschweren können. Letztendlich ist es wichtig zu betonen, dass, obwohl dieses Getränk eine wertvolle Ergänzung zu ihrem Gewichtsverlustplan sein kann, es kein Wundermittel ist. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität bleiben die Grundpfeiler jeder erfolgreichen Gewichtsabnahme. Das nächtliche Fettverbrennungsgetränk kann jedoch als wertvolle Unterstützung dienen, um die Ergebnisse ihrer Bemühungen zu maximieren und ihnen dabei helfen, ihre Ziele schneller und effizienter zu erreichen. Und das, liebe Zuschauer, war unser tiefgreifender Blick auf das nächtliche Getränk zur Fettverbrennung. Wir haben die Wissenschaft hinter den Inhaltsstoffen untersucht, die Rolle, die sie beim Stoffwechsel und der Fettverbrennung spielen, und wie sie dieses Getränk selbst zu Hause zubereiten können. Wir hoffen, dass Sie durch dieses Video einen tieferen Einblick in die Möglichkeiten der natürlichen Gewichtsabnahme erhalten haben und inspiriert sind, diese Methoden in Ihre eigene Gesundheits- und Wellnessreise zu integrieren. Aber wie wir zu Beginn dieses Videos betont haben, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein gesunder Gewichtsverlust ein ganzheitlicher Prozess ist. Während dieses Getränk sicherlich seine Vorteile hat und dazu beitragen kann, die Fettverbrennung zu fördern, ist es kein Allheilmittel. Es sollte als Ergänzung zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung verwendet werden. Ein einzelnes Getränk, unabhängig davon, wie nahrhaft es sein mag, kann keinen ungesunden Lebensstil ausgleichen. Wir ermutigen Sie, dieses Getränk in Ihre bestehende gesunde Routine zu integrieren, es als eine von vielen Strategien zur Förderung der Gewichtsabnahme zu sehen und nicht als schnellen Fix. Behalten Sie im Hinterkopf, dass die besten Ergebnisse dann erzielt werden, wenn verschiedene gesunde Gewohnheiten in Harmonie zusammenarbeiten, um Ihr Wohlbefinden zu fördern. Schließlich, wie bei jeder Änderung der Ernährung oder des Lebensstils, ist es immer ratsam, mit einem Arzt oder Ernährungsberater zu sprechen, bevor Sie neue Methoden ausprobieren, insbesondere wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben oder Medikamente einnehmen. Als Dankeschön zum Ansehen dieses Videos laden wir Sie nun herzlich dazu ein, sich unser kostenfreies Buch, 15 fettverbrennendes Motiv zum Abnehmen, kostenfrei zu sichern. Klicken Sie dafür einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, dass dieses Video Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen und Ihr Verständnis für die Natur und die Wissenschaft der Gewichtsabnahme zu vertiefen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und Sie mehr Inhalte wie diesen sehen möchten, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und den Gefällt-mir-Button zu klicken. Wir freuen uns immer über Kommentare und Feedback, also zögern Sie nicht, uns Ihre Gedanken unten im Kommentarbereich mitzuteilen. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und motiviert auf Ihrem Weg zur Verbesserung Ihres Lebensstils und zur Erreichung Ihrer Gesundheits- und Fitnessziele. Sie können es schaffen und wir sind hier, um Sie auf jedem Schritt des Weges zu unterstützen.